hi und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem pokémon kanal ja meine freunde ich habe mir einfach mal gedacht ich mache mir einen eigenen adventskalender sozusagen ich dachte mir in so einem blister case dreipack blister case da sind ja 24 blister drin hier das ist jetzt einfach mein adventskalender den nämlich als adventskalender und ich würde sagen ob silberner sturmwende by the way das neueste z natürlich wenn ihr neu seid lasst gern abo da was gern leicht da wenn es euch gefällt und abonniert die glocke aktiviert die glocke das gibt ja freunde da heute der sechste ist da dreimal und dreimal man auf jeden tag kleines video kommen heute kommt ein großes video heute der sechste schon ist und ich habe ja 1235 ausgelassen und sechs kommt heute schön den aufmachtrick vom kämmer schon haben wir schon mal gesehen ja mal gucken ob sich so ein blister case lohnt war als adventskalender hin 350 glocken haben wir auch im shop drinnen für ein blister case ein toge war egal wie flauschling das teller sehr wohl die den übers und ein separator vista der erste hit sehr 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 schön das freut uns nächste buster aus türchen 1 sozusagen welches türchen gönnt denn am meisten das werden wir gleich sehen welches türchen einem meisten können 1 2 3 4 5 oder 6 könnt mit raten wenn ihr wollt case von bittini so wusste noch mal aus türchen eins ein fand ein dati alle palippen war schwarb fix und florian wird und ein expert in hulu cool so nächster blister blister bist du bist du bist du bist du bist du bist du bist der türchen 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 nummer 2 kann überhaupt nicht rein ich habe mich jetzt hier aufmachen pikatsu bonita blutzock aracqua blätterger tarn poncho und ein amoroso in v habt ihr euch auch ein adventskalender irgendwie selber zusammen gebastelt oder irgendwo ein bestellt von pokémon schreibt mal rein falls ja was da gibt es ja ganz viele verschiedene mit figuren mit karten aber der soll ja nicht so cool sein die haben wir zwar auch bestellt aber das immer noch nicht bei uns ankommen den brauchen wir jetzt auch nicht mehr aber jetzt noch adventskalender wohl pxnv nächster hit zwischen zwei ist am ablocken gerade jedes buch sein hit bis jetzt mal gucken was booster drei sagt pikachu fucano klick ups weimar rossanenwürst und ein beridium nächstes türchen sozusagen so türchen nummer drei was wir da ziehen ein fermicula hinter rassler ein dati dratini klick melodic in charakteria und ein aerotertrix xx double hit sozusagen wenn man den wenn die hohle karte mit zählt als hit jetzt ist mir hier eine karte runtergefallen so nächster booster kreken wir mal kann die boke so weit schon wieder melotik in charakteria ja cool doppelter doppel der schläft war weihnachten verpellter ort letzter booster aus türchen nummero 3 und ein melotik zum schluss so türchen nummer vier jetzt kommt man das war jetzt drei mal fertig und jetzt kommen die mann avis was die sorgen so tischen nummer vier ich bin mal gespannt dass man hier so alles aus diesen blister case zu zieht ob sich sowas lohnt zu holen bin ich mal gespannt wie in flitzeboien gespannt wie in flitzeboien so booster nummer drei aus türchen nummero vier gucken ob dir gönnt rotom in reverse und ein meter groß in holo der hat nicht so gegönnt türchen nummer vier wasser los türchen nummer vier hat nicht gewinnt wo da muss türchen nummer fünf aushelfen oder durch der macht den anfang gegen mama ein solcher ein klick flam jao kram box schutz energie und ein nutzer so nächster booster aus türchen nummero fünf jetzt muss doch hier irgendwo was dabei sein gar nur wie ein tunnel und schon wieder der also der verfolgt mich ja sehr furchtbar die weg so jetzt aber da war ja gar nicht auf den letzter booster aus türchen nummero fünf da die palim palim ein bar schwach ein pfinges handel wir reden um das war schon das hat über türchen nummer fünf hat leider auch nicht so gewinnt wie wir uns das oft haben jetzt muss türchen nummer sechs alles rausreißen türchen nummer sechs enttäuscht uns nicht let's go so los geht's blut zock natürlich nummer sechs aqua pandir ein bashock fm datereen rübers und ein gardevoir auf eine blumenwiese oh schau komm schon heute ist doch nikolaus türchen nummer sechs gönn doch ein bisschen wenigstens ein bisschen an nikolaus komm schon ein farbiges immerhin immerhin farbiges charakter oh ha 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 energieumschalter gold ja geil double hit aus türchen nummer sechs schönes nikolaus geschenk sehr gut immerhin eine goldene und ein farbiges charakter werden so letzter booster türchen nummer sechs gönnt es nochmal gönnt es nochmal hoffentlich goldra fanbis datiri palimpalim bashock mythodos in reverse und ein terachium in holo ja immerhin immerhin ja also aus sechs blistern aus sechs dreipack blistern haben wir hier schöne hits gezogen finde ich kann sich sehen lassen also sind jetzt sieben hits jedes dritte sozusagen ein bisschen mehr als jedes dritte ein hit ja ist in ordnung kann man so machen so morgen geht es weiter mit türchen nummer sieben morgen kommt ein kurzes dann mit türchen nummer sieben aber türchen nummer sechs oder hat hat doch gewonnen schreibt mal rein also ich finde türchen nummer sechs hat eindeutig gewonnen ja ich bedanke mich fürs zu sehen wenn es euch gefallen hat das gerne daumen wenn ihr neue seid gerne abo ist kostenlos und aktiviert die gurke nicht vergessen damit ihr immer bescheid bekommt wenn ein video kommt neues wir sehen uns morgen im neuen video bis dann tschüss